Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablegen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler. Ein Fehler. Und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt dir was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel. Was, was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf denen, einander aufzuräumen. Okay. Sei vorsichtig. Da. Da sind Spuren. Ja. Na komm. Warum? Ja, hat's dir mal mitgehört, dass wir sie abgeben wollen, schätze ich mal. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das röfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Wo ist sie lang geraten? Alles in den Wald hier? Ach du Scheiße. Hufspuren. Die muss in den Wald sein. Ellie, was soll das denn bloß? Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Komm. Ach hier. Ach so. Da kann man langraiten. Ach so. Da kann man langraiten. Ja. Was hat sie sich denn? Warum? Warum? Wer ist denn die ich gefunden? Ach hier! Oh Gott! Wow! Oh wow wow! Das stand viel zu viele! Geh außen rum, ich geb... Oh! Du Mistkerne! Ja, sagt der, der auf mich... der auf mich schießt. Du bist Brenn-Arschloch! F**k! Was sind denn... Was? Oh Gott! Was? Oh Gott! Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gib mir Deckung! Ich fasse ab! Ey! Oh Scheiße! Nein! Oh! Stell ihn doch nicht im Weg! Stell ihn doch nicht im Weg! Stell ihn doch eben im Weg, ey! Na Kumpel! Ich brauche Deckung! Ich hab ihn! Du bist tot Arschloch! Und der ist auch weg! Oh! Der ist auch weg! Oh! Der ist auch weg! Der ist auch weg! Oh! Du bist tot! Und der ist auch weg! gehabt dass er neben geballert hat okay das sieht überhaupt nicht gut alter schwede der neben wie wird denn der der ok der damal neben gezielt das hat mein lager okay er wird viel viel ist sein kann mit dem maus halten auf voll energie nein soll Das ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. alter schwede na komm mein pferd die spur geht hier weiter hoffentlich ist sie entkommen ja nicht dass wir die jetzt irgendwie befreien müssen es sind aber echt schöne bilder also muss ich sagen es ist mir das schönste pc-spiel das ich hier gespielt habe ok sieht sich aus vorsicht dürfte ja nicht keiner sein ne da ist hier keiner mhm so ratten nett tonne haben wir was oh Cool. Buch 12 Nullpunkt vor 15 Tagen hat die Reisenden die Enttante von Neumann entdeckt. Der Angriff führte den größten Teil der Männer und der Mannschaft und, vielleicht noch wichtiger, unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mit unter Lichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für den jeder verloren zu sein. Ich muss ja nicht sehr viele Fanlieblinge von diesem Comic gegeben haben, ne? Wir müssen hier sehr viele gemocht haben, ne? Was ist denn was? Sprengstoff? Sprengstoff? Ja. Warum nicht? Kann man mit dem Sprengstoff mitnehmen. Genau, dass man. Ja. Na ja. Ja, aber wenn wir alle energetätischen sind wir ganz gut aufgestellt. Jetzt haben wir hier die Schrift hinter. Wir müssen durchladen. Ja. Spiegelungen. Nice. So, okay. Ist sie hier? Ja. Ja. Welcher Rock zu welchem Shirt passt, das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ja. 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 das geht besser als tut mir leid aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst auf mit dem scheiß wovor hast du solche angst dass ich so ende wie sam ich kann mich nicht infizieren ich komme wie viele beinahe unfälle hatten wir schon bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy weißt du ich bin ich was Maria hat mir von Sarah erzählt du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis es tut mir wirklich leid für dich Joel aber ich habe auch jemanden verloren du hast keine Ahnung was für lust heißt alle die mir wichtig waren sind entweder gestorben oder abgehauen alle außer dir verdammt also sag nicht dass ich bei jemand anders sicherer bin denn das macht mir einfach nur noch mehr als verdammt du hast recht du bist nicht meine tochter und ich bin ganz sicher nicht dein der herr und ab jetzt gehen wir getrennte wege lass das jetzt wir sind nicht allein zwei kommen gerade rein und es sind schon welche da scheiße weil es mir leid ist dann jule ist mit ihr reden Hey, ich darf doch mal kurz, ne? Komm ins Badenzimmer. Ja, kannst du im Sterben zugucken? Ich sehe Lichter aus, Knips. Ich sehe Lichter aus, Knips. Ich sehe Lichter aus, Knips. identifizieren das jetzt brauchen werde schön auf jeden Fall den Gap geknallt werden ja ja da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt einmal verpissen genau auf meiner Seite ist nicht warum sucht der mich überhaupt gut ja 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 Sehr gut. Keinen Schuss verbraucht, aber sehr gut. 12 Schuss gewonnen. Okay. Mittlerweile geht es ja wer mit der Muni. Warst du Hilfe? Geht schon. Na los. Na los. Was ist das? Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Pighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gerne behalten, wenn es dir recht ist. Na los. Ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Na ja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los.